Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2218 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir müssen nichts tun. Das Problem hat sich von allein gelöst. Alles läuft wieder normal. Wir müssen nichts tun. Das Problem hat sich von allein gelöst. Alles läuft wieder normal. Wir müssen nichts tun. Das Problem hat sich von allein gelöst. Alles läuft wieder normal. Das ist der falsche Weg. Wir müssen dort drüben hingehen. Das ist der falsche Weg. Wir müssen dort drüben hingehen. Das ist der falsche Weg. Wir müssen dort drüben hingehen. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Wir werden am Gewinn beteiligt, wenn unsere Kunden dank unserer Beratung ihr Vermögen vermehren. Wir werden am Gewinn beteiligt, wenn unsere Kunden dank unserer Beratung ihr Vermögen vermehren. Ich trage meinen Hund. Er will nicht mehr laufen. Ich trage meinen Hund. Er will nicht mehr laufen. Kannst du mir die Tür öffnen? Ich kann hier nicht alleine raus. Kannst du mir die Tür öffnen? Ich kann hier nicht alleine raus. Heute bekomme ich Besuch von meinen Kindern. Es ist alles vorbereitet. Heute bekomme ich Besuch von meinen Kindern. Heute bekomme ich Besuch von meinen Kindern. Es ist alles vorbereitet. Die Kunden senden defekte Kaffeemaschinen an unser Lager. Die Kunden senden defekte Kaffeemaschinen an unser Lager. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe sie über die Risiken der Operation aufgeklärt. Ich habe sie über die Risiken der Operation aufgeklärt. Hierfür benötige ich ihre Unterschrift. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Hast du heute Abend Zeit? Ich bestätige die Reservierung eines Tisches für vier Personen heute um 20 Uhr. Nach diesem Urlaub möchte ich meine Mutter besuchen. Nach diesem Urlaub möchte ich meine Mutter besuchen. Nach diesem Urlaub möchte ich meine Mutter besuchen. Ich habe sie seit fünf Jahren nicht gesehen. Meine beiden Töchter lieben es, in der Küche zu backen. Ich zeige ihnen, wie es geht. Meine beiden Töchter lieben es, in der Küche zu backen. Ich zeige ihnen, wie es geht. Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Meine Gymnastikmatte und mein Wasser sind immer griffbereit. Meine Gymnastikmatte und mein Wasser sind immer griffbereit. Wenn man es darauf anlegt, kann man auch den freundlichsten Menschen zur Weißglut bringen. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Bin ich hier richtig? Ich soll hier eine Neonlampe anbringen. Bin ich hier richtig? Ich soll hier eine Neonlampe anbringen. Wo kaufst du deine Avocados? Wo kaufst du deine Avocados? Ich habe deine rote Krawatte und deine Manschettenknöpfe auf den kleinen Tisch gelegt. Und gib uns bitte ein Like. Schöne aus. Hier habe ich die vacvertretten. Objekt D Бöde. Vielen Dank.